Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mal ein Video, wo eine etwas kleinere YouTuberin mal meinen Kanal bewertet und ich wünsche euch viel Spaß! Freunde, ist halt so ein einheitlicher, also halt nicht so Minecraft oder so, aber das finde ich völlig in Ordnung, das muss auch nicht sein, das muss überhaupt nicht sein. Ich finde solche eigentlich besser, teils. Aber es geht voll klar. Also Minecraft-Banner gehen auch voll klar, meine ich damit. Also so eins finde ich gut, dass es so übersichtlich, so mit den Social Medias und so hier auch alles eingeordnet. Ja, Minecraft-Profilbild. Ja, es geht auch voll klar. Ähm, denn hier, Server-Vorstellung, also hier sowas wie ein Kanal-Trailer oder so. Ähm, ja. Ähm, ja, also das hier, diese, ähm, Aufteilung hier mit beliebten Videos, bla bla bla, YouTube-Partner. Also, ist gut eingerichtet hier. Ähm, ja, denn zu den Thumbnails, finde ich, also ich bin, ja, Alter, ich verschluck mich hier schon beim Reden, Alter. Vielleicht bin ich so scheiß für mein Leben. Ähm, 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 ja, also hier unten wahrscheinlich, ja, vor allem, ja, okay, das kann ich verstehen, dass da keine Familie ist. Ähm, ja, sonst finde ich hier, ich hätte, du hättest die vielleicht so ein bisschen einheitlicher machen können, aber ich mache die auch nicht einheitlich. Also von daher, möh. Also, ja, ja. Aber ich finde, die gehen voll klar, also kannst du auch viel, also musst du nichts ändern. Ja, hier habe ich schon was zu gesagt, deine Partnerkanäle. So. Ja, eine schöne, ähm, Kanalbeschreibung. Also, die ist ausführlich. Und, ja. Ich hab dich gar nicht abonniert, Alter. Ich hab dich gar nicht abonniert, Alter. Ich hab dich gar nicht abonniert. Ich hab dich gar nicht abonniert, Alter. Ich hab dich gar nicht abonniert, Alter.